Boah, wieder so'n Greifvogel. Boah, guck mal! Der ist nicht nah, der ist weit oben. Vertraue mir. Boah, der hat Langeweile, oder was? Machen die das immer? Was machen die überhaupt hier? Ich will doch nichts zu suchen. Dürfen die das hier? Der ist ziemlich groß. Bestimmt ein Rotmelad schon wieder. Hast du Angst vor sowas? Der tut aber nichts, der ist weit oben. Der hat Langeweile. Und nein, kommt der jetzt tiefer? Kommt der jetzt tiefer bloß nicht? Ja, der war endlich. Dann kommt nicht tiefer, oder? Oder ist das schon wieder? Hier sieht man ganz gut bei den weißen Wolken, die da oben sind, bei den Wolken, die da oben sind, bei der starken Bewölkung, bei der starke Wolken. Wolken sieht man ganz gut. Der sieht man denn nicht, wäre schade. Ich finde sowas lustig, wenn sowas rumkreist. Und das auch noch in schwarz. Es war aber auf jeden Fall kein... Ich weiß nicht, was es für war. Entweder war das ein Bussard gewesen, ein Falke, ein Rotmelad sah es danach nicht aus, da sind dich die Flügel gebogen. Ich schätze mal ein Bussard. Ja, ich schätze mal ein Bussard. Ich habe das Haus. Oh, da ist er schon wieder. Nein, 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 nein. Wieso, wieso, wieso? Warum denn? Warum denn wohl? Warum, warum, warum? Und er fühle ich jetzt zweit weg. Tschüss, ciao, was sich losgeht. Und er fühle ich jetzt. Aber die Wolkeninformation ist auch interessant, das ist so, die sehen aus wie Sahara Wolken aus oder was weiß ich. Das sind aber dünne Schleierwolken. Und dort, liebe Freunde, ist die Sonne. Und dann, liebe Freunde. 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 oben das ist doch dann nimmt er wieder verschwommen auf sie kann ich ihn noch nicht erkennen das ist wieder der der ich vorhin gesehen habe dieser greifvogel ja ich gehe jetzt auf mit der aufnahme hat er keinen zweck mehr dann kann ich kaum noch erkennen jetzt kann ich den erkennen jetzt geht es ist er schon wieder der greifvogel der vorhin da war es ist er so so schön tag noch und euch allen bis dann